Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Ja, ich hatte Recht, ihn nicht in meine Pläne einzutreten. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Allt aufgerechnet, weil er schon war, ihr... Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Ich werde noch... Der schleicht er dann gleich wieder ab. Kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird, um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Garry, was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Kapitulieren! Niemals! Was ist denn... Ja, vielleicht schon! Ein Quittin ist John! Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Ich habe noch nie einen Befehl des Führers zu niedergehandelt. Nie!